Schon seit vielen Jahren teste ich persönlich Speicherkarten und ich dachte mir, es ist mal an der Zeit, um auch in Videoform kurz zu erklären, wie testet man überhaupt Speicherkarten, damit ihr auch wisst, wie kommt man zu den Ergebnissen, die ihr unter anderem auf speicherkarten.guru finden könnt. Grundlegend bestehen unsere Tests immer aus zwei Teilen. Der eine ist eher theoretischer Natur, der andere eher praktischer. Theoretischer Natur, das heißt Tests mit Speicherkarten-Lesegeräten, wie hier zum Beispiel im Falle von SD-Speicherkarten. Worum geht es da? Wir haben ein spezielles Testsystem nur für Speicherprodukte. Infos dazu findet ihr auch nochmal hier oben in der Infocard drin, unter anderem mit dabei 32 GB Arbeitsspeicher, um zum Beispiel neben Speicherkarten auch USB-Sticks testen zu können. Da wird eine sogenannte RAM-Disk aufgemacht, also eine Art Laufwerk im Arbeitsspeicher, der mit etlichen Gigabyte pro Sekunde schreiben und lesen kann. Da kann man den Test laufen lassen, wie schnell kann von so einer Speicherkarte auf den Rechner geschrieben werden und andersrum zurück. Das ist vor allem bei MicroSD-Speicherkarten wichtig, denn für die Leute, die zum Beispiel Apps darauf ausführen wollen, auf dem Smartphone, da sind so eine Tests dann einfach sehr wichtig oder geht es auch einfach nur darum, Dateien zu kopieren. Bei Speicherkarten für Kameras sind es dann primär theoretische Tests, die zeigen sollen, wie schnell können Bilder ausgelesen werden, sollte euer Rechner schnell genug sein, einfach um eine Referenz zu haben, wie hoch ist die Lesegeschwindigkeit der Speicherkarte. Natürlich könnte man auch einfach die Schreibgeschwindigkeit testen und sagen, gut, jetzt haben wir unsere Werte und machen irgendwie einen Mittelwert daraus. Allerdings ist meine Erfahrung, dass die Schreibgeschwindigkeit in so einem Cardreader am PC und die Schreibgeschwindigkeit in einer Kamera komplett unterschiedlich sind. Wenn ihr auf speicherkarten.gu geht, findet ihr dort unter anderem eine Liste mit Kameras und für jede Kamera gibt es dann Tests mit diversen Speicherkarten. So, wie kommt man jetzt da auf die Geschwindigkeit, die in den Tabellen drin steht? Man nehme sich jeweils eine Speicherkarte und die entsprechende Kamera, hier jetzt für die Interessierten gerade die Sony Alpha 7 III. So, Speicherkarte rein, dann haben wir immer eine feste Testszene. Das ist jetzt natürlich nicht die Kamera, auf die ich gerade hier ziele, sondern irgendwas draußen, also ein ganz normales statisches Motiv. So, dann macht man viele Bilder, viele, 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 viele Bilder. Normalerweise bei uns im Test sind es mindestens 30 Sekunden feuerfrei. Und danach schaut man sich an, wie lange braucht die Kamera zum Abspeichern. Hier durch eine rote LED und auf dem Display indiziert. Jetzt schon fertig, weil es eine sehr schnelle Speicherkarte ist. Mit einer langsameren Speicherkarte kann es dann auch gerne mal ein, zwei Minuten dauern, bis der komplette Puffer hier geleert wurde. Die Zeit gut notieren und auf der Speicherkarte sind die ganzen Bilder abgespeichert und aus der Kombination, wie viel wurde gespeichert und in welcher Zeit kann man dann wieder zurückrechnen, mit wie viel Megabyte pro Sekunde kann die Kamera auf die entsprechende Speicherkarte schreiben. Klingt nach ziemlich viel Arbeit. Ist es auch. Deswegen gibt es auch nicht allzu viele Seiten auf der Welt, die das in größerem Umfang tatsächlich testen. Aber ich dachte mir, das ist einfach eine sehr nützliche und für mich auch die einzig richtige Art, wie man Speicherkarten für Kammers richtig testen kann. Denn die Werte, die ihr hier rausbekommt, sind wirklich so praxisnah, wie es geht. Denn es ist nun mal die Praxis, wenn ihr mit Serienbild arbeitet. Und da ist Geschwindigkeit ja nun wirklich wichtig. Eine Sache ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Wir testen generell immer mit Warbildern und soweit es geht, allen deaktivierten Optimierungen in der Kamera. Das heißt, irgendwelche Objektivkorrekturen und Co. Langzeitrauschreduzierung sind immer deaktiviert. Einfach aus dem Grund, dass die entsprechenden Optimierungen die Geschwindigkeit reduzieren können, weil einfach mehr Rechenleistung gebraucht wird. Und man muss irgendwo einen Standard setzen. Deswegen ist der Standard in meinem Fall und ich glaube auch von ein paar anderen Seiten, die so einen Test machen, einfach alles deaktivieren, was irgendwie Rechenleistung fressen könnte. Warbilder speichern und dann ist gut. Das heißt, die Ergebnisse können bei euch mit anderen Einstellungen immer noch ein bisschen anders aussehen. Auch der ISO-Wert hat teilweise einen Einfluss auf die Dateigröße und damit auf die letztendliche Schreibgeschwindigkeit. Also wie gesagt, es sind Anhaltswerte, aber letztendlich, wenn man alle Speicherkarten unter den gleichen Bedingungen testet in einer Kamera, ist es zumindest innerhalb der Kamera repräsentativ. Und eine Speicherkarte, die in Einstellung A die schnellste ist, ist es höchstwahrscheinlich auch in Einstellung B. Die Leute, die sich die Tabellen ein bisschen genauer anschauen oder runterscrollen, finden da teilweise ein Vermerk, dass die Testdaten, die dort aufgeführt sind, mit einer anderen Kamera gemessen wurden. Wie kommt es dazu? Oft passiert es in der Kamera-Welt, dass Technik einfach wiederverwendet wird, ein paar Jahre später oder im gleichen Jahr in einem anderen Produkt. Anders formuliert, die Controller in der Kamera, die auf die Speicherkarte schreiben, sind einfach exakt die gleichen Modelle, die immer wieder verbaut werden. Deswegen gibt es da keinen echten Unterschied in der Schreibgeschwindigkeit. Natürlich nehmen wir das nicht nur an, auch das wird getestet. Man nimmt sich aus dem großen Pool, das sind aktuell so um die 60 Speicherkarten. 3, 4, 5, 6, 7 Modelle raus und schaut einfach, wie sieht die Geschwindigkeit aus? Passt es zu einem Modell vom gleichen Hersteller? Und wenn das jetzt im Bereich von plus minus 1% liegt oder plus minus 2% maximal, dann werden die Testdaten übernommen. Also eine sogenannte Anbindungsmessung, einfach die Testdaten von einer anderen Kamera übertragen. Die Infos dazu findet ihr aber, wie gesagt, immer unterhalb der Tabelle. Wenn kein Vermerk steht, dann sind es die originalen Testdaten, in Anführungszeichen. Sollt ein Vermerk dastehen, dann wisst ihr, von welcher Kamera das Ganze kommt. Aber wie gesagt, meine Praxiserfahrungen sind zu übernehmen. Die Daten, sie passen einfach. Man könnte es auch mit 61 Karten neu testen, aber es wäre effektiv die gleiche Messung nochmal gemacht. Deswegen, weil der Aufwand so hoch ist, dachte ich mir lieber so, das nach draußen transportieren. Aber immer noch transparent, wo kommen die Daten her, als weniger Kameras in der Datenbank zu haben. Gut, das war es mit diesem Video zum Thema Erklärung, wie testen wir Speicherkarten. Wenn ihr noch weitere Detailfragen dazu habt, gerne hier unten in den Kommentaren oder bei uns im Forum drin. Und wie gesagt, wenn ihr eine Speicherkarte sucht, schaut gerne mal auf speicherkarten.guru vorbei.